Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play oder zur zweiten Folge Let's Play Live for Speed mit mir im Gameplay Ja, ich wollte mich, ich war es gleich, ich wollte mich entschuldigen wegen der letzten Folge Es war einfach scheiße, einfach so wirklich scheiße, muss man so sagen Ja, weil ich hatte das Video vor zwei Videos, äh, vor zwei Videos, genau, vor zwei Wochen, ähm, geschnitten und aufgenommen Da war mein Kanal noch im Aufbau und da dachte ich, es geht schneller mit dem Aufbau, mit dem von dem Kanal Ähm, und, ja, deshalb ist es jetzt noch ein bisschen Altgewissens Video und noch ein bisschen asozial Ähm, verstehe mich, glaube ich, bitte falsch, aber, äh, es ist einfach so Ihr habt es ja wahrscheinlich auch selbst gesehen Ja Und, hm, aber es sollte jetzt eigentlich auch nichts, ähm, großes Problem sein Da dieses Video jetzt auch besser wird Ach ja, ihr seht ja, ich habe schon ein neues Format Ich habe jetzt nämlich den zweiten Bildschirm Beziehungsweise zwei und der andere, ähm, ist jetzt halt ein bisschen größer Und, ist nicht so eckig Ach ja, und, ähm, auf meinem alten Bildschirm, der jetzt so eckig, in meinem Führungszeichen ist Ähm, den habe ich jetzt auf meinem zweiten Bildschirm Genauso viel Fräps Und ihr seht schon, ich habe mein Kennzeichen geändert Nein, Laura Warum Laura? Ja, genau, ich bin noch in der Schule Ja, das wisst ihr schon, in der Gymnasium auf der fünften Klasse Genau, in der Gymnasium auf der fünften Klasse Ähm, da hat mich jemand angesprochen, in der Klasse, ähm, ja Und ich sollte die ganzen drei Menschen, waren es glaube, erwähnen Ähm, ja Und das mache ich jetzt Alle fünf Minuten wechsel ich nämlich das Kennzeichen Ähm, naja, ich erwähne euch dann mal, äh, Laura Größe von mir In diese Aufnahme Und es leckt Seit ich jetzt Laura gesagt habe Laura, du bist schuldig Ähm, na, Spaß Dann noch Lars Hallo Lars Und Diana Uh, uh Okay, ähm, naja Ich werde jeweils dann auch die Kennzeichen ändern Nach fünf Minuten Da dieses Lockplay 15 Minuten geht Uh Und ich kann in dieser Ansicht nicht fahren Ähm Ich mache das jetzt einfach hier oben hin So ein bisschen kleingeschrieben Laura Ja Ich gucke mal, was ich machen kann, ähm Äh, ich kann gerade gar nicht fahren Seht ihr, seht ihr, wie ich gar nicht fahren kann Und seht ihr, wie es leckt Oh mein Gott Naja, ähm Was wollte ich denn noch ansprechen? Ja genau, ich wollte eigentlich nicht alleine aufnehmen Ich wollte nicht mit dem Freund einen aufnehmen, der mir auch meinen Kanal Banner gemacht hat Und der macht mir gerade noch mal eine Intro Ach ja, PS, ähm Ich habe jetzt auch noch einen Kanal Build Das müsste, äh Äh, halten wir kurz an Das müsste ich hier irgendwo sein Hier Ähm, also da oben rechts, ich glaube Ich habe bei Fraps sogar niemals abgestellt Ja, ich glaube schon Ähm, naja Was habe ich denn noch? Oh, genau Ich wollte noch stehen schreiben Den drei Menschen aus meiner Klasse Dass ich gerade aufnehme Das mache ich kurz Und so lange mache ich auch noch das Fenster zu Tut mir leid Ähm Ich mache jetzt hier Nichts Ich mache jetzt hier nichts Uh Okay, WhatsApp 50 Nachrichten Geil Ähm Cool Ach ja, und ihr bitte sagt mir wirklich, ähm Ob es, ähm, einfach leckt Ich fahre mal ein bisschen langsam Aber ich tue nur so Und schreibe Ich nehme Gerade auf Anrufen Fragezeichen Ja, ähm, auf jeden Fall Es tut mir wirklich leid Auch wegen der ersten Folge Es war einfach halt so Dass ich das halt vor zwei Wochen Hierrendert habe Also gestitten Und auch aufgenommen habe Deshalb, ähm, war das jetzt auch ein bisschen Alt Und da hatte ich auch noch so andere Ideen Ähm, ja Ich hoffe man hier versteht Was ich da mit jetzt meine Ähm Naja Dann überholen wir mal den Fuzzi Und Hupen Na, überholen wir ihn Ich glaube er Er brimst uns aus Seht ihr das? So, aber jetzt rasten wir da Ran vorbei Und fahren hier rein Schade Ach ja, PS mit der Taste kann man Resetten Also Resetten heißt, ähm Was heißt Resetten? Au Ähm Ähm, ja Ich ändere jetzt doch nicht mein Kennzeichen Ähm Ja, man kann sich Resetten Resetten heißt, ähm Wenn man jetzt irgendwie feststeckt Dass man wieder auf die Bahn Gespawnt wird Ich habe jetzt Ab jetzt Also sei es schon 30 Sekunden nach meinem Ohr Ähm, steht jetzt hier oben Lars Ohr 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 Und Und Wie geht so? Ich habe Spaß Also ihr könnt natürlich schreibt mal in die Kommentare Wie es geht, aber ähm Naja Ach ja, ich habe Teams wie Juhu 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 Ähm, steht in der Kanalbeschreibung Ähm, Videobeschreibung Mein Teams wie IP Ist Gameplay Line.mitrate.net Juhu Steht auch in der Infobox Können auch nochmal rauskopieren oder nachlesen Ähm, wenn ihr mal da seid Und ich zufällig auch Und, ähm, dann fragt mich einfach, ob ihr vielleicht mit mir aufnehmen wollt Also, wenn ihr es halt auch machen wollt Ansonst natürlich nicht Dann fragt mich einfach Ich mache gerne sowas, ähm, ja Ähm, sonst noch was Ey, ihr seht wirklich, ich kann einfach nichts Ich kann nicht über ein Thema reden Ich könnte jetzt über Barbies reden, aber bringt mir das wirklich Warte mal Augenblick Ich bringe mir nicht viel, wenn ich jetzt über Barbies rede oder so Also Ja Hm Ach ja, ähm, meine Videos Okay, ich sag's einfach mal nicht, ähm Entschuldigung, wegen grad dem Mikro Ah Mein Mund juckt Junge Also wirklich Mal was trinken Ein Lipton-Tee Schleichwerbung Juhu Lipton Augenblick, ich trink mal So Entschuldigung So Also Ähm Misslecks Und zwar wirklich Misslecks Seht ihr das? Oh mein Gott What Ähm Ladeskin Genau, erstmal Ladeskin Uh, Laura Uh Ja, okay, eigentlich soll er jetzt last stehen Aber Naja, was Holz Oh 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 Also, manchmal rieb ich mir als zweiter Mensch auch auf Also, wenn ich da Und ich kann nicht resetten Wie stehe ich jetzt hier oben liegen, so auch reset nicht möglich Wahrscheinlich weil da gerade das Auto nach vorne gefahren ist Und deshalb geht das dann nicht, weil irgendwie gelbe Flagge vor uns Sag, ja, hallo Also Ich fau Aha Oh, Hilfe Naja, ähm Oh Lala Wir können mal gucken Ob wir so eine andere Strecke haben Aber ich habe ja schon erzählt, es gibt noch so eine andere Strecke Ah, seht ihr hier wirklich in diesem Menü Es gibt nur diese Strecke Seht ihr das? Ja, es ist Hm Warte, man kann auch im Ich muss wirklich kurz, ähm, in Singleplayer Machen Äh, achso, hier zurück Ähm Entschuldigung Ja, Spieler, Einzelspieler hier Genau, ähm Wo kann man denn Achja, hier sind Das gibt auch noch so, ähm Okay Ähm, ich komme jetzt hier Nicht gerade so zurecht Ähm, naja Wenig, viel Wind Äh, wo kann man die Strecke aus Ah, Mann Hier Strecke Genau Achja, das sind hier die Strecken Das hier ist für, äh, nichts VIP, nenne ich es mal Und das hier ist alles VIP So, ähm Dann spielen wir mal den Carpark Dann zeige ich euch mal die Strecke Es ist jetzt zwar Singleplayer Aber ich hoffe mal, es macht euch jetzt keinen Stört euch jetzt nicht so Genau, ähm Ihr kennt es ja hier aus Multiplayer Das ist letztes, das da drüben jeweils Und ja Wir sind jetzt zwar leider, aber was soll es Okay, ich kann hier gar nicht lenken, grad So, jetzt Das hier wäre der Carpark Das ist jetzt nicht grad wirklich jetzt bezaubernd, aber Es wäre jetzt einfach mal hier diese Strecke in Anführungszeichen Eigentlich ist es so zum Rammen Also zum Boxen Was weiß ich Ähm Es ist ja, ihr seht ja, es ist keine Rettstrecke oder so Also ich kann echt ganz gut eine fahren und dann Naja Und ab jetzt steht, also schon seit einer Minute, steht jetzt da oben wahrscheinlich Ähm Was müsste jetzt da stehen? Genau, Jana müsste jetzt da stehen Und ich mach das nur diese Folge Ähm Bezeichne mich, bitte jetzt nicht als dumm Ähm Bitte, nicht dumm Ne Bitte Bitte Achja, ähm Das Spiel kommt jetzt hier Montag und Freitag, hab ich mir überlegt Genau Montag und Freitag Und ich werde niemals, ähm Ich werde niemals Minecraft Let's Playen Erstens, das machen schon genug Let's Player Zweitens, ähm Es leckt einfach Ich habe nicht so einen geilen PC Ähm Manche wissen das jetzt vielleicht schon Dass ich nicht gerade einen geilen PC hab Ich find geil ist gar nicht so das gute Wort Ah, was trinken Lipten Schleichwerbung Teilnehmen Teilnehmen Lalalala Gas geben Gang einwechsel Und es liegt leider So, ähm, dann sind wir jetzt wieder normal Oh nein Oh nein Ich hab jetzt nicht drauf geschaut Oh, toll Oh ja Warte dir Warte mal Wir fahren Da ist ein Anderen Wagen Ich glaub der Hier ist mal der Andrea Genau Oh, das sieht doch schön aus schon Hör der Es hört sich auch ganz anders an irgendwie Seht ihr, hört ihr das? Aua Hm, wir haben diese Shield über Fahrer nach Duemini Hm, 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 hm Also, ich finde ich das neue, ähm, mit Format meinte halt, ähm, das ist jetzt, ähm, was weiß ich, wie viel Zoll sind, ähm, ähm, ja, als früher, das war ja davor war das jetzt ist so so das ist so wichtig ist dann theoretisch weil ich halte ich ja voll spiel oder wie das heißt und deshalb das ist die kurs und wir sind schon fast wieder am ende und zwar bei 5 ich schaue noch mal zweitens wir sind schon fast bei 15 14 ja 14 ab ab jetzt du stieg wo naja und was kann ich denn noch machen was wollte ich jetzt noch sagen ja ok ich fasse jetzt alles zusammen ich habe ein Team Switch Server und gameplay live und ich sollte jetzt diese drei Personen nennen es tut mir leid wegen dem ersten display von LFS es kommt jetzt unter freitag LFS ähm was noch ach ja geiler Kanal werbung werbung geiler Kanal verlinkt game light cdn mein freund von mir mehr oder weniger ähm game light cdn abonniert auch den schaut dort vorbei vielen Dank fürs Zuschauen bleibt wer seid und ciao kto too